Ombres, Memo, Gemma, Fallen, Memo, Español, Nicse, Couto, Como, Estas! Und dann ist Freitag noch mein altes kaputt gegangen. Also das war halt wirklich so, ich habe Sonnastag bestellt, Freitag ist mein altes kaputt gegangen. So nach dem Motto, jo, du hast keinen Bock mehr auf mich, dann verpüße ich mich jetzt auch mal. So und das war dann aber auch, das hat mich ein bisschen abgefuckt, weil eigentlich hätte ich auch, wenn ich vorher ein Android gehabt habe und jetzt ein iPhone bekomme, hätte ich dann noch viele Sachen übertragen können und müsste mir nicht alles neu einspeichern. Aufnehmen kann ich theoretisch mit einem Teil vom Headset auf dem Ohr, aber schneiden kann ich das einfach nicht vernünftig. Dann habe ich halt gewartet, bis mein Handy geliefert wird und dann wurde es gestern nicht geliefert. So und dann war ich so dermaßen pisst und salty, dass ich einfach gar keinen Bock mehr auf irgendwas hatte und es dann habe sein lassen, weil ich meine, sorry, wenn du dich auf sowas freust und ich meine, Handy ist jetzt nicht irgendwie, wie wenn man, ja keine Ahnung, neue Fußballschuhe bekommt oder sowas. Das ist dann halt, Handy ist dann schon irgendwie mal eine Nummer krasser, ganz entspannt. Perfekt, er legt gar nicht. So allerdings, jetzt müsste morgen mein Handy kommen, sonst laufe ich wirklich amok, weil sorry, wenn mir jemand das verspricht. So auf jeden Fall, ähm, ja, also, das ist aber tatsächlich, ist mir sowas bisher ziemlich oft, aber auch nur bei der DHL passiert. Äh, das war, bei meinem Mikro war das so, das sollte eigentlich samstags ankommen, ist dann montags angekommen. Bei meinem Handy war das jetzt, das sollte samstags ankommen, ist jetzt montags angekommen. Oder ist nicht, also, wird montags ankommen, weil sonst laufe ich da wirklich amok. Ähm, und bei meinem Mischpult war das noch krasser, das war, das hat richtig Bock gemacht, da bin ich richtig ausgerastet, das sollte, samstags oder montags sollte das eigentlich ankommen. Oder irgendwie sowas in die Richtung, ist dann den Freitag da rauf angekommen und alter, bist du low. Ganz ehrlich, im Fair hätte der, gut, man muss jetzt sagen, Fair hat der schon irgendwo gespielt, aber, ähm, was ich jetzt meine, ist weniger low, also so, Feuer in den, äh, auf den Kopf placen. Das kann ich ja verstehen, wenn du das machst, wenn du ein Ranked spielst. Da mach ich das auch ganz gerne mal auf Gomme, weil eine Zeit lang hab ich so, oh, eine Zeit lang hab ich so dermaßen krass auf Gomme reingeswirtet ranked. So, und da bin ich immer ultra ausgerastet, wenn mir das Ranked, wenn das Ranked-System mal wieder richtig schön funktioniert hat und der dann einem Silber Einser in den Silber Fünfer als Gegner gibt. Das, das hab ich immer geliebt. Ich glaub gar nicht, wie ich da ausgerastet bin. Ja. Alter, ich werd hier gerade geballert. Aber ich find so, wenn man, keine Ahnung, wenn du ein paar besser bist, ist das okay, aber wenn du dann wirklich so low spielst in dem Unranked, tut mir ja leid, aber muss auch nicht sein. So, Leute, wenn es was gefallen hat, wünsche ich mich ultra über 5 Likes, 9 Comments und 13 Abos freuen. Vielleicht sehen wir uns ja morgen 9 Uhr wieder. Insofern, denn ein Video kommt, ich weiß nicht, wie ich es nicht lernen. Ich will, kann sein, dass es zu solchen Videos kommt. Also, bis dahin. Ciao.